ARD-Digital Bei der ARD gibt es jetzt viel mehr als vorher, das erste, plus drei neue Kanäle ist vier, plus acht dritte Programme ist zwölf, plus vier Spatenkanäle ist 16, plus zehn Hörfunkprogramme ist 26, plus ARD online ist 27, also 27 Angebote und alles zusammen heißt ARD-Digital. Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, wie diese Digitaltechnik funktioniert, aber irgendwie bekomme ich damit mehr Programme, ohne dass es mich mehr kostet. Und die Bedienung ist einfacher als vorher. Auf unserem Fernseher steht jetzt so ein Kasten, der ist Z-Dop-Box, der empfängt die ganzen Programme und hilft mir, wenn ich mal nicht weiterkomme. Sonson, was reimt sich auf Haus? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, am liebsten wäre mir jemand, der für mich ein bisschen Ordnung schafft und mir die Sendungen raussucht, die mich wirklich interessieren. Krimi aus der deutschen Arbeitsrealität von Thomas Bern. Eine elektronische Programmzeitschrift. Darunter konnte ich mir erst mal gar nichts vorstellen. Dabei ist es eine echte Hilfe. Ich bekomme nützliche Programmhinweise und kann mir so überlegen, was ich sehen will und was nicht. Mehr Service, das gefällt mir. Darf ich dir vorstellen, das ist Herr Dr. Schwarz und das ist mein Mann. Sehr erfreut. Was ist das überhaupt für ein Mensch? Ist er seriös? Unter dieser Nummer bin es immer ich. Das ist nicht wahr. I just want your extra time and your keys. Ich komme eigentlich aus Berlin, aber wohne jetzt schon seit Jahren in München. In Brezen und Weißbeer habe ich mich inzwischen gewöhnt. Und seit ich bei ARD Digital B1 wieder empfangen kann, fühle mich gleich doppelt zu Hause. B1MUX ist ein neues Angebot auf ARD Digital. Dort werden die Sendungen des ersten Zeitversetzt ausgestrahlt. So können Sie genau das sehen, was Sie sehen wollen. Zu den Zeiten, die Sie bestimmen. Nur die Lottozahlen können wir Ihnen leider auch künftig nicht vorab zeigen. 1Extra ist der neue Info-Service bei ARD Digital. 1Extra bringt Hintergrundberichte, Reportagen und Dokumentationen über Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sorgfältig recherchiert, kompetent aufbereitet und spannend präsentiert. 1Festival zeigt Serien und Filme, die mir bis heute entgangen sind. Preisgekröntes und Hitverdächtiges. Nichts gegen Hollywood. Aber ich bin froh, auf 1Festival immer wieder Neues zu entdecken. 1Festival ist ein neues Angebot herausragender Fernsehereignisse. Hier laufen ausgezeichnete TV-Serien und Fernsehspiele. Was machst du? Willst du das so ins Krieg? Ich habe vergessen, hier zu sagen, dass der Rückwärtsgang immer noch nicht funktioniert. Dieses Kaptein Mahmood spiegelt. Alles tun, was die sagen. Wie Sie sehen, ARD Digital ist Fernsehen, das auf Ihre Programmwünsche und Sehgewohnheiten eingeht. Statt noch mehr x-beliebiges Fernsehen möchten wir, dass Sie mehr vom Fernsehen haben. Hier haben wir glow wie color. Wir ist sind die Frage. Vielen Dank.